Musik Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Blog geht es um Psychologie, um psychologische Inhalte, manchmal auch um Gadgets und um Kunst. Und das Thema heute ist Wut, Wutausbrüche bei Kindern und Jugendlichen und auch bei Erwachsenen. Ja, sein tut es so, dass man auch dieses Problem multidimensional angehen muss, also von mehreren Seiten her anschauen sollte, um auf die Ursachen zu kommen und auch gute Lösungen zu finden. Oft ist es ja so, dass Psychologen eben nur psychologische Aspekte sehen, Mediziner eben nur organmedizinische Aspekte, Menschen im Sozialbereich, dann vielleicht die soziologische Seite, die Gesellschaft ist schuld. Wir werden aber sehen, dass es auch bei der Wut und bei Zornausbrüchen, die nicht entwicklungspsychologisch erklärt werden können, durchaus mehrere Dimensionen gibt und mehrere Erklärungen und damit dann auch Lösungen gibt. Ja, da kommen wir gleich zu einem Problem und zwar nennt man das in der Psychologie die Äquifinalität. Das heißt, verschiedene Ursachen können zu dem gleichen Problem führen, weil wir bei der Wut sind und Wutausbrüchen. Das heißt, verschiedene Ursachen führen zu dem gleichen, möglicherweise Symptom, die Wut und die Wutausbrüche des Kindes. Diese Äquifinalität ist oft nicht so leicht, weil wenn man sich den Fuß bricht, ist es ein ganz klarer Vorgang. Man hat etwas falsch gemacht oder jemand anderer hat es verursacht, aber der Knochen bricht. Und so ein Symptom kann verschiedenste Ursachen haben. Was es aber ist, es betrifft immer einen wesentlichen Teil der Persönlichkeit. Dieser wesentliche Teil der Persönlichkeit ist die Selbststeuerung. Und zur Selbststeuerung gehören die Impulssteuerung dazu, die Frustrationstoleranz, also wie kann ich negative Gefühle gut aushalten, wie kann ich negative Affekte gut aushalten und die Handlungsantizipation. Kann ich vorausschauen, was passiert, wenn ich das mache? Kann ich die Folgen absehen von meinem Handeln? Die Impulssteuerung ist klar, also ein plötzliches Herausplatzen, ein plötzlicher Wutanfall, vielleicht später am Nachmittag, weil das Kind schon müde ist und die Frustrationstoleranz niedriger wird. Also dieses Ganze nennt man den Bereich der Selbststeuerung und ist für die Persönlichkeit eminent wichtig. Niemand möchte einen Partner haben, der von Zeit zu Zeit komplett ausflippt und bei einem geringen Anlass aus der Haut fährt. Ja, also das ist wirklich destruktiv und kann Beziehungen kaputt machen, kann Familien belasten. Was gibt es jetzt für Ursachen, warum kann das auftreten, warum kann das im Sozialverhalten ein Problem sein? Nicht gemeint ist zum Beispiel das Trotzalter. Also es gibt entwicklungspsychologisch sensible Phasen, wo bei fast allen Kindern ähnliche Probleme auftauchen. Zum Beispiel eben im Trotzalter zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Jahren. Hier wird das Kind plötzlich wütend, weil es den Kopf durchsetzen will. Im Winter Sandalen, im Sommer Gummistiefel, keine Ahnung. Und ja, das nennt man das Trotzalter. Ist oft höchst peinlich, vor allem wenn es in der Öffentlichkeit passiert, im Einkaufszentrum, wo sich das Kind hinschmeißt am Boden. Hat aber nichts mit dem zu tun, das wir heute besprechen, mit der Selbststeuerung, sondern ist eine entwicklungssensible Phase, die auch hirnorganisch bedingt ist. Die kann sich auch verzögern, zum Beispiel, weil eine Familie in Trauer ist, weil es Probleme gibt in der Familie, kann das oft auch erst später auftauchen, mit 8, 9, 10 Jahren. Aber von dem sprechen wir nicht. Wir sprechen von den Wutanfällen, den Zornausbrüchen, wo Dinge kaputt gehen, wo Sachen gesagt werden, die nicht gesagt werden sollten, von denen sprechen wir. Ja, und was gibt es für Möglichkeiten? Also diese multidimensionale Betrachtungsweise dieses Problems ist wichtig. Die erste Möglichkeit wäre, ja, ADHS. Ein Kennzeichen von ADHS, ADHS ist eine problematische Impulssteuerung. Also in Mindeseile ist das Kind auf 180, fliegt aus, macht ein Drama und ist dann aber auch wieder schnell wieder herunten. Die Eltern seltener, bei denen dauert es meistens länger. Also ADHS, die Diagnose ADHS kann die Ursache für Wutausbrüche, Zornausbrüche sein. Das gibt es auch isoliert. Das heißt, die genetische Disposition, vor allem bei Männern oder männlichen Jugendlichen und Kindern, dass diese Impulsivität und diese Impulssteuerung problematisch ist. Und dann kracht es auch richtig in diesen Familien. Das gibt es auch isoliert, ohne das Problem mit der Aufmerksamkeit ein Problem zu haben oder mit der Hyperaktivität und mit der inneren Unruhe. Isoliert. Ja, die dritte Ursache für so ein Verhalten, für ein destruktives Verhalten, kann ein Trauma sein. Ja, traumatische Erfahrungen führen eben dazu, dass Teile der Struktur der Persönlichkeit geschädigt werden. Und eben ein solcher Teil ist die Selbststeuerung mit der Impulssteuerung, der Handlungsantizipation und Frustrationstoleranz. Das heißt, wenn ein Kind mit übermäßiger Wut und plötzlichen Zornausbrüchen reagiert, kann das durchaus aufgrund eines Traumas sein. Man muss da unterscheiden zwischen singulären, dramatischen Erfahrungen, Krieg, Gewalt oder andere Dinge und Mikro-Draumatisierungen, die sich permanent wiederholen. Die nach außen vielleicht nicht so dramatisch ausschauen, aber sich permanent wiederholen, wie die Vernachlässigung oder die Deprivation, wären da Beispiele dafür. Ja, es gibt dann auch die Diagnose Sozialstörung, isoliert oder in Kombination mit anderen, wo Normen und Werte einer Sozietät ignoriert werden, wo das Verhalten auffällig ist, in der Gruppe und auch zu Hause. Und im Erwachsenenalter wären das dann bestimmte Persönlichkeitsstörungen. Auch hier wäre integraler Teil, dass die Selbststeuerung und Impulssteuerung problematisch ist bei diesen Kindern und bei diesen Erwachsenen. Und man was tun muss, eben damit es sich nicht chronifiziert und ein Erwachsener entsteht, der diese Muster in sich hat. Ja, ein letzter Grund fällt mir ein und das wäre der Substanzmissbrauch von Alkohol, Krokain, Amphetaminen und sonstigen Dingen. Die können dazu führen, dass während des Rausches die Impulssteuerung nicht mehr funktioniert. Ein krasses Beispiel ist der pathologische Rausch bei Alkohol. In diesem Stadium der Vergiftung reagieren Menschen nur mehr mit Angriff oder Flucht. Also auch mit aggressiven Akten, habe ich selber mal erlebt, Impulsdurchbrüchen. Er kann aber bei bestimmten Substanzen, die chronisch genossen werden, auch später auftreten, ohne dass der oder die Betroffene konsumiert oder einen Rausch hat. Ja, das wären so die Dinge, die mir einfallen für diese Problematik der Impulssteuerung, der Wutausbrüche, der Zornausbrüche. Was kann man hier jetzt dagegen tun? Wie kann man einem Kind, einem Jugendlichen zu Hause helfen? Das Erste, das mir einfällt, ist das Token-System, das ich früher schon einmal in einem anderen Video vorgestellt habe. Also man versucht drei Bereiche, wo man das Kind verstärkt und sagt, wenn du das gut machst, kannst du einen Punkt sammeln. Und so bekommt man eine gute Entwicklung und eine Förderung des Kindes in der Persönlichkeit. Aber wenn dieses Verhalten auftritt, dann bekommst du einen Abzug. Also durchaus auch ein Verstärkerentzug als sinnvolle Methodik in der Erziehung. Damit das Kind lernt, dieses Verhalten zu vermeiden, zu reduzieren. In der Praxis verwende ich immer Entspannungstechniken mit Biofeedback. Ganz besonders gut sei Neurofeedback für die Kinder. Das kann man zu Hause nicht machen. Ich bleibe beim autogenen Training und Biofeedback und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Wenn die Kinder lernen, sich selber zu beruhigen und das auch am Computer sehen, dass das wirklich funktioniert, also das Ganze objektiviert wird, dann wird das mit der Zeit eine ganz tolle Kraft. Die Kinder und Jugendlichen wissen, ich kann mich kontrollieren und runterfahren. Das kann ich natürlich jetzt in der Praxis super üben, weil ich alle Geräte da habe, weil der Setting passt und so. Aber auch zu Hause kann man dieses Herunterfahren und diese Entspannungszustände üben. Zum Beispiel für kleinere Kinder mit den Kapiteln-Nemo-Geschichten. Da ist in den Geschichten das autogene Training verpackt. Also die kann ich euch da sehr empfehlen. Zum Dokumensystem zum Beispiel als Ergänzung am Abend, im Abendritual immer so eine Geschichte vorlesen oder auch erfinden. Das ist immer kongenial, wenn das Eltern mit den Kindern machen und die Kinder das bei mir lernen, dann merke ich immer, wie die Fortschritte sehr, sehr schnell vorangehen. Das hängt auch von anderen Faktoren ab, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Aber wenn das so ist, dann funktioniert das super. Also nur zu, vertraut euch, macht das mit den Kindern im Abendritual. Das kann auch vor einem Gebet sein, ganz egal. Aber regelmäßig, jeden Abend zur Ruhe kommen und das verinnerlichen und automatisieren. Und ihr werdet sehen, dass das Kind das wirklich mit der Zeit gut kann und einen entspannten Zustand entwickelt. Man sieht das zum Beispiel am Rapid Eye Movement. Das heißt, die Kinder sind ganz ruhig und liegen da und nur die Augenlider bewegen sich ein bisschen, weil die Augen so hin und her gehen. Das zeichnet einen solchen hypnoiden Zustand, Trance-Zustand aus. Einen Zustand der totalen Entspannung, wo das Herz ganz ruhig und kohärent geht und die Atmung ganz ruhig und kohärent geht. Je automatisierter das passiert und gelernt wird, umso eher funktioniert es dann auch in kritischen Situationen. Stopp! Du kannst das. Komm runter. Beruhig dich. Und das funktioniert. Das klappt. Also das wäre die zweite Anregung von mir. Die dritte, die ich in der Praxis mit eigenen Computerspielen mache, Jump'n'Run-Spiele. Jump'n'Run-Spiele sind da besonders gut geeignet, wenn sie Stops und wenn sie Unterbrechungen haben. Vielleicht kennt ihr ja Sub-Reserve. Es gibt eine Reihe von guten Jump'n'Run-Spielen, aber viele haben keine Unterbrechung. Das ist zwar für die Motorik gut, das ist für die Konzentration gut, aber es fehlt dieses Stopp. Ja, lacht nicht, aber Super Mario ist da richtig gut und die Kinder, die in diesem Bereich und Jugendlichen Probleme haben, die tun sich da total schwer, weil Pausen integriert sind. Man muss stehen bleiben, man muss abwarten, man muss warten, bis man springt. Also so kann man auch die Impulssteuerung und die Handlungsantizipation trainieren mit solchen Spielen. Also das wären so die drei Basiselemente, das Talkingsystem, die Entspannungstechniken, vor dem Lernen, vor der Ausübung vielleicht, oder am Abend, aber da gewiss, und dann das Training mit diesen Jump'n'Run-Spielen mit Pausen. Also ich kenne da jetzt ad hoc, gefällt mir nur der Super Mario ein, der das wirklich integriert hat. Aber das ist ein gutes Training. Das wären schon drei Dinge. Und last but not least, bei einer genauen Abklärung, wenn man weiß, was die Ursache ist, und auch wenn man es nicht weiß, kann unter Umständen auch die Psychiatrie und die Pharmakotherapie nützlich sein und hilfreich sein. Es gibt Fälle, wo das Familiensystem so belastet ist und die psychosoziale Entwicklung des Kindes und Jugendlichen so gefährdet ist, dass das absolut sinnvoll ist. Das wären meine vier Anregungen. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.